Koffer nehmen wir mit, ein Ersatzrad, ein YouTube-Beutel, Schmutzki, ein rosa, äh, oh sorry, Katja Krasewitz, sorry, sorry Katja, dass du dich vergessen hast, okay, warte, warte, ein Furz, ein rosa Campingstuhl, einen nackten Mann, äh, ein Bus voller Asiaten, ein stinkenden Hippie, ein Müllbeutel, äh, die neueste Platte von Scooter, ähm, Abschweiband, Dixi, Dreißkau-Mokern, der linke Hohenfall, den Lindemann, ähm, äh, die, die neueste Staffel Game of Thrones, äh, Die neueste Staffel Game of Thrones. Was hab ich denn vorher? Tresco Mucan, Teddy Lippmann, neueste Staffel, äh, noch Goste of Game of Thrones. Ah, Monsanto Reis. Ja, Mann. Ähm... The what? Ah, Donald Trump Buttplug. Ariel. Sturmtadassi. Äh... Das war jetzt dein Team. Ja. Was war denn das? Donald Trump Buttplug. Willst du mir so 2 mitnehmen? Ich 3 noch nicht. Hä, was soll ich denn danach? Ja. Ne. Donald Trump Buttplug, was hattest du? Ariel. Ariel Sturmtadassi. Ah, irgendwas. Ach, na klar. Das ist halt jetzt weg. Ah! Das war das Rennen von Citroën. Ich weiß aber auch nicht, ob ich N von Citroën und Johnny von Trump Buttplug verwechselt habe. Ich hab schon. Ja. Egal. Genau, weil ich dachte mir jetzt, wenn ich was abgefangen ist, hab ich dann mit Donald Trump Buttplug. Ja. Äh. Äh. Da ist man aus Terafurz. Das weiß... Ne, ihr seid dann aus Terafurz. Äh. Da weiß ich nicht. Terafurz. Da bist du dran. Das war jetzt das letzte schon wieder. Das war das neueste, ja. Ja. Wir haben schon noch... Chemtrails. Chemtrails. Haben wir den Mann mitgenommen? Ja. Erst am Anfang. Und ne Aluhut. Ne Aluhut. Ja, das passt gut.